Hallo und herzlich willkommen bei RedDropGamble. Ich bin heute wieder auf die Jagdner Handticket und heute habe ich das Spiel. Someone's Come Quest. Ich werde erstmal starten. Ich glaube das Spiel habe ich noch nie gehabt. Stand da gerade. Beschwörung. Hier ist das Spiel. Antike Beschwörung. Ok. Das ist aber 2. Also mir sagt das Spiel jetzt nicht so, deswegen brauche ich gar nicht nachschauen, ob da ein Ding ins ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das habe ich doch schon mal gespielt. Na ja. Aja dann machen wir jetzt erstmal weiter. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Fio ein schneller Finger, wie soll man da hinterher kommen? Der erste Boss, eine Chibera. Wie heißt der? Ist der der Name? Abschnitt 5? Ah, ich kann schneller machen. Ah, er ist auf Level 20. Oder VIP. Na ja, ich wäre schon länger gefangen. Dauert sich noch nicht um 10. Level. Der Finger ist weg. Ich darf jetzt machen, was ich will. Das ist doch nice. Belohnung. Abholen. Ähm, Schnellkampf. Ähm, Basis. Ähm, Mail. Ähm. 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 Tichet Elcham 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 Und den neuen auch noch mal abgeben. Ach, das ist ja schon 20. 20. Ok. Was ist? Ne, ist doch nix mehr. Oh, mal kurz bewegen. Ich glaube, was ist doch hier noch? Das ist doch ein roter Punkt. Ich finde hier nichts. Na ja, egal. Dann kämpfen wir mal weiter. Nehmen wir noch die mit dazu. Ausrüsten. Jetzt haben wir mit 20 mal noch. Oh, weiter geht's mit dem Finger. Ah, das weiß ich nicht. Stimmt nicht. Ich glaube, das ist ein Moment. Das ist ein Moment. Oh, das ist ein Moment. Das ist ein Moment. In der Zeit wird es nicht mehr. Das ist ein Moment. Das ist ein Moment. Jetzt bin ich reich. Endlich haben wir es geschafft. Bin reich. Ich schenke 5 mal Freundschaftspunkt. Okay. So viel. Hm. Na den. Schon dreimal. Null, Null, Eins. Ich habe auch geschmeid. Ähm, kämpfe 3 mal in der arena. geht das auf level 8 3x rausfall geht das auf level 16 3x geht und muss heraus geht das auf 18 1x geht in spende das auf 18 1x und 25 3x 2x 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 3x 2x 3x 3x 4x 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 5x 4x 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 5x 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 6x 6x 7x 5x 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 6x 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 7x 8x 5x 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 11x 5x 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 6x 6x 5x 5x 6x 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 7x 9x 6x 6x 8x 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 9x 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 10x 9x 10x 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 9x 9x 10x 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 11x 10x 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 11x 11x 10x Durchbruch Upgrade Ah ok Ich verstehe Durchbruch 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 Ah, geht nicht mehr Mach den auf 5 Und Ach, den ist noch 5 Durchbruch 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 Aufgaben Erfolgen Durchbruch 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 Durchbruch, super, haben wir den jetzt auch, schauen wir mal nach dem Tank, äh ne, da will ich noch nicht, kein Problem, dann machen wir jetzt erstmal mit dem Kampf weiter. Ich bin der Vizink und auf Level 8 war die nächste Quest freizuschalten, super, mein Lebensenergie-Bike, äh Lebensenergie, mein Erfahrungs-Bike ist schon durch. Und warum fliegt man da eigentlich herum? Level 8, Level 8, shit. Okay, kämpfen, ach, Arena war das, genau. Okay, einen einzelnen. So, ich kann noch mal hier auf Helden, aber ich musste den ja noch, upgrade den Helden. Okay, jetzt gehen wir noch mal auf die Aufklärungs-Ne, täglich. Mitzufügen. Ihr seid alles meine Freunde. Schenken, Geschenk abholen, bewerben. 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 Wie war ich? Okay, drei Arena-Kämpfe. 1015. Rosa-Bunny. Rosa-Bunny. Shin. Und der nächste Kampf. Stärke. Oh, der 90.000 schon. Nochmal. Okay. Okay. Ich kämpfe gegen das Ding nicht schnell, die kann ich noch rein machen? Nein. Kann ich nicht. Aber ich komme hier zu mir hin. Schön. Dann schauen wir hier nochmal. Ah, ich habe mir alles. Leer. Machen wir den nächsten Gegner. Die stecken wir doch noch. War es das für heute erstmal? Ja. Ja. Was ist das? So, dann würde ich mir sagen, das war es für heute. Vielleicht nochmal folgen. Mensch. Soll er mit zwölf werden? Soll ich mir heute? Ja. Ich habe noch einen. Inhalte nicht. Unruh. 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 Ich bin dran, ich bin dran. Ich hab schon ein wenig zu sehen. Ich bin ein wenig zu sehen. Ich hab schon ein wenig zu sehen. 20 Ich sag mal jetzt, dann war es das. Wenn es nicht nochmal die Hand kommt, dann war es das. Ach, ich hab's ja gerade gesehen. Da ist die Hand. Da ist die Hand. Ich brauche 10 solche Sachen, dann kriege ich den nächsten epischen Kämpfer. Ne, warte, das waren Puzzleteile, sprich ich bräuchte an welche von. So, wir machen die erstmal nur auf 35, weiter nicht. Ah, ich probiere die hier dann. Guck mal innen, jetzt einfach mal die, die neuen gehen raus. Den rein und die raus und den rein. Ne? Wollte ich mal so sagen. Gehen auf Kämpfen. Da wird halt Schilder an die beiden, wo man nebenbei kriegt. Und nicht an die anderen. Und nicht an die anderen. Ach, ich bin für noch Tor schon. Das war's für heute. Warum gibt er den Tenka ein Schild? Oh Gott. Können wir die malen? Muss man das verstehen? Das war's für heute. 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 Ein Baum. Ich habe einen Baum. Komm. Das sieht bestimmt witzig aus. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.